smarana ich möchte euch heute mal so ein bisschen verwöhnen mit einem wunderschönen hintergrundsbild mit schnee und sonne es ist ja gerade entsprechende jahreszeit und ja man ist froh wenn man zu hause ist heute geht es um sechs fehler die du vermeiden solltest wenn du dich auf deinem weg in die spiritualität befindest wenn du dabei bist dein bewusstsein zu erweitern denn die spiritualität ist so ein schönes feld so ein wundervolles gebiet in welchen wir uns wohl fühlen und in welchen wir uns unsere seele ausdehnen können und ja glücklich dabei werden können übrigens das hier und das da das sind haarperlen die habe ich mir für euch mal ja und auch für mich angezogen die sind so süß finde ich die glitzern so ein bisschen ja ich hoffe ihr freut euch auch so darüber wie ich mich darüber freue und wir werden jetzt gleich mal auf diese sechs fehler eingehen und ich werde euch auch was aus meinem leben dazu erzählen wie mir es da so erging als ich begann den weg in die spiritualität bewusst zu gehen jeder mensch ist ja ein bisschen spirituell sowieso unbewusst und wenn man das aber dann bewusst tut ist es noch mal ganz anders ich freue mich auf dich schmurr 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 Ja, und schon geht es auch los. Ich habe für euch wieder Folien vorbereitet, dass ihr auch lesen könnt, denn durch das Lesen, so geht es auf jeden Fall mir, durch das Lesen nehme ich das gleichzeitig auch noch mit den Augen wahr, was man zusätzlich zu dem gesprochenen Wort. Und so möchte ich auch gleich mal mit dem ersten Fehler beginnen. Moment, hier ist er, der Fehler, der erste, was du nicht tun solltest. Also Dinge nicht oder kaum hinterfragen. Viele Menschen nehmen ja einfach Dinge an oder hören sich Dinge an, die Menschen sagen, ohne die zu hinterfragen. Das heißt, sie glauben einfach alles, was so erzählt wird. Und das ist natürlich ein Fehler. Man sollte sich immer auch diese W-Fragen stellen. Warum höre ich das? Was bringt es mir? Was macht es mit mir? Wie kann mir das helfen? Und dann kannst du, wenn du dir diese W-Fragen stellst, schon mal für dich selbst überlegen, ob das überhaupt stimmig ist, ob das überhaupt eher gut sein könnte, was da jetzt eben für dich stimmig ist. Also wirklich hinterfragt, hinterfragt alles, was ihr hört und fühlt dann so in euer Herz hinein. Und dann werdet ihr wissen, ob das für euch stimmig ist. Es geht ja immer darum, die eigene Wahrheit zu finden und die eigene Wahrheit zu spüren. Und das ist ganz wichtig auf dem Weg in die Spiritualität. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und dann auch gleich zu dem, was ich euch erzählen wollte von mir. Man soll nicht auf unseriöse Menschen hineinfallen. Wenn du alles so für dich hinterfragst und prüfst, dann ist es ja schon ein Fortschritt. Dann ist es wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich, dass du auf so einen Menschen hereinfällst. Es gibt leider in der Spiritualität unseriöse Menschen. Und dazu kann ich euch erzählen, es gab einmal eine Bekannte von mir, die kam ganz aufgelöst zu mir und sagte, ich bin so verzweifelt und ich muss jetzt schon wieder einen Kredit aufnehmen und ich habe überhaupt kein Geld, mir geht es so schlecht. Dann sage ich, warum denn nur? Sagt sie, ja, ich muss die eine Kartenlegerin bezahlen, die mich immer berät und das ist so wichtig für mich und ich brauche einfach das Geld dazu. Ich muss der jetzt 3.000 Euro bezahlen, damit sie mir die nächste Lesung macht. Und dann habe ich gesagt, ja, sag mal, das gibt es doch gar nicht. Was fragst du denn immer diese Frau? Sagt sie, ja, es geht um meine Ex-Liebe und ich möchte wissen, ob wir wieder zusammenkommen. Ich brauche diesen Menschen so, ich bin so verliebt und es tut mir so weh, der ist einfach jetzt im Moment weg und ich möchte so gerne und ich möchte halt wissen, was jetzt da, ob er wieder zu mir kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, wenn du willst, kann ich dir auch die Karten legen. Und dann sagt sie, ja. Und ich sage, ja, kein Problem und ich mache es auch kostenlos für dich, das ist überhaupt kein Thema. Und dann hat sie gesagt, oh ja, gerne, weil das mit dem Kredit war halt so schwierig. Die Bank wollte ihr kein Geld mehr geben, weil sie schon viel zu viele Kredite auch vorher aufgenommen hatte. Ja, und dann habe ich ihr die Karten gelegt, kostenlos natürlich. Und dann kam dabei heraus, dass der Ex nicht zurückkommen wird und dass sie davon loslassen sollte. Und es kam auch heraus, dass sie nicht mehr zu dieser Frau gehen soll, die so viel Geld von ihr verlangt fürs Kartenlegen. Und dann war die so glücklich und froh darüber, das war die reinste Freude. Also sie war dadurch richtig erlöst. Ich möchte jetzt auf keinen Fall die Kartenleger diskriminieren. Es gibt auch bei der Heilung und auf anderen Gebieten, es gibt überall diese Scharlatane. Es gibt überall Menschen, die eben andere Menschen ausnutzen möchten und Dinge versprechen oder Dinge tun, die jetzt nicht in die göttliche Ordnung passen. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Nehmt mir es nicht üblich, die Kartenlegerin oder Läger unter uns, unter euch. Ich selbst lege ja auch die Karten. Oder ich hatte das mal gelernt, ganz am Anfang bei meiner spirituellen Laufbahn habe ich damit begonnen. Und da erzähle ich euch nachher auch noch mal was dazu. Also es soll nur ein Beispiel sein. Es soll jetzt nicht die Kartenleger in die Negativität ziehen. Betrachtet das bitte neutral. Ja, aber es ist doch bezeichnend, wie schnell man auf jemanden hereinfällt, der jetzt unseriös ist. Und wenn die Menschen dann vielleicht noch Druck ausüben und sagen, du musst es unbedingt tun oder du musst unbedingt noch eine Lesung machen, da ist eine wichtige Botschaft für dich da. Oder es ist ja auch mit Aura lesen und Botschaften sowieso. Also das war zum Beispiel auch noch mal bei mir der Fall, wo mir unbedingt jemand eine Botschaft überbringen wollte. Und ich habe gesagt, nein, ich will keine Botschaft von dir. Also und diese Menschen sind so beharrlich. Die meinen, sie müssten unbedingt dir was sagen. Und wenn du bei niemanden angefragt hast, von niemanden eine Botschaft willst, dann darf er dir auch keine bringen. Weil erstens ist es vielleicht nicht die Person deines Vertrauens. Ja, es ist zweitens nicht die Person, die du dir ausgesucht hast. Und drittens willst du gar keine Botschaft. Also lasst euch von solchen Dingen nicht verängstigen und unter Druck setzen. Weil mit solchen Mitteln arbeiten die Menschen zum größten Teil. Ja, also Fehler zwei. Vermeide den Kontakt zu unseriösen Menschen und erkenne diese Menschen, indem du hinterfragst mit Warum, Wie, Was, diese W-Fragen. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Punkt. Fehler drei, ungeduldig sein. Ja, da kommen wir jetzt auch schon wieder zu so einem Beispiel von mir. Mit dem Kartenlegen, schon wieder. Und zwar, als ich begann, die Tarotkarten zu legen, zu lernen, sollte man jeden Tag eine Karte ziehen. Und ich war nachher so begeistert und ich wollte alles lernen und so viel wie möglich auf einmal. Das war also, wenn das beginnt mit der Spiritualität, kann man es gar nicht erwarten, dieses ganze Wissen zu bekommen. Und so ging das mir auch. Und ich war also dermaßen darauf aus, so viel wie möglich Kurse zu machen, so viel wie möglich mir Wissen im Internet anzueignen. Da gab es überhaupt kein Halten mehr. Ja, aber jetzt kommt es halt. Und mit der Tageskarte, ich habe zehn Tage lang die gleiche Karte gezogen. Und ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, was das für eine Karte war. Es war die Karte der Geduld. Übe dich in Geduld. Und ich konnte schon bald nicht mehr sehen, jeden Tag die gleiche Karte. Also die Karten haben mir ganz viel gesagt. Und dann nach zehn Tagen habe ich aufgehört, die Karten zu legen, diese Tageskarte zu ziehen, weil einfach wirklich, es war zu viel. Und ich habe aber verstanden. Ich habe es tatsächlich verstanden. Ich meine, es war ja eine sehr große, massive Durchsage. Übe dich in Geduld. Bleibe gelassen. Und dann kommt es. Und so ist es ja auch zum Beispiel, wenn man Hellsehen lernen möchte oder wenn man sich jetzt gerade, wenn man möchte, dass sich das dritte Auge öffnet. Und da ist bei vielen Menschen Ungeduld und auch sehr viel Kontrolle. Und Ungeduld und Kontrolle oder dieser heftige Wunsch, das erzeugt Druck. Und wenn sobald Druck entsteht, dann sind die Energien blockiert und es geschieht erst recht nichts. Also man bleibt dann erst recht auf der Stelle. Also Ungeduld und Druck ausüben sind Dinge, die einen wirklich sehr, ja, nicht weiterbringen, die einen sehr stoppen. Ja, ich bin gespannt, ob ihr auch so ähnliche Erlebnisse hattet. Ihr dürft es auch gerne hier unten wieder reinschreiben in den Chat. Ich lese so gerne, was ihr alle schreibt. Und es ist auch gut für den Austausch. So, jetzt gehen wir mal zum vierten Beispiel. Richtig manifestieren. Das ist so das A und O, dieses Manifestieren. Ihr wisst sicher, dass die Worte nicht, mir geht es heute gut, sollte man immer sagen, ich möchte, dass dies und jenes nicht passiert. zum Beispiel, wenn man das sagt, ich möchte, dass dies nicht passiert oder ich möchte nachher unbedingt, ich möchte, dass ich etwas nicht vergesse. Also überall, wo du dieses Nicht- die Verneinung reinbringst, ihr wisst es ja alle. Das wird nicht gehört vom Unterbewusstsein, weil eben die Verneinung nicht präsent ist, die wird nicht gesehen, es wird alles neutral betrachtet und einfach überhört. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte nachher nicht vergessen oder ich darf nicht vergessen, die Türe zuzumachen, dann wirst du es vergessen, weil eben dieses Nicht in diesem Satz war. Genau, und das solltet ihr unbedingt beachten, richtig zu manifestieren. Und so für mich ist es am besten zu manifestieren, wenn ich ganz tief mit meiner Seele verbunden bin und dadurch praktisch ausgedehnt bin, in der Balance bin und dann in der Verbindung mit Gott bin. Einfach nur die Energie reicht und dann zu manifestieren, ja, ich lebe ein Leben in Leichtigkeit zum Beispiel. Leichtigkeit und Freude, die Fülle kommt zu mir und die Fülle ist bei mir jeden Tag. Solche Dinge dürft ihr euch auch mal überlegen. Ich lebe gesund, glücklich und in voller Fülle mein Leben. Das wäre eine schöne Manifestation. Ihr dürft gerne eure Manifestationen auch reinschreiben, denn durch das Schreiben manifestiert sich das dann auch noch mal anders und durch das laute Sprechen. Das ist auch ganz wichtig, dass man seine Manifestationen wirklich laut ausspricht und ich sage immer noch, leg deine Hand hier auf den Hals, dann spürst du mit der Hand noch die Vibration von deiner Stimme und dann hast du also drei Dinge getan oder deine Manifestation mit drei Dingen verstärkt. Du hast also laut gesprochen, nicht nur leise gedacht und du hast in deiner Manifestation also diese Kraft der Vibration gegeben durch das laute Aussprechen und du hast hier die Schwingung noch in deiner Hand gespürt und hast dich dadurch tiefer verbunden. Der erste Punkt war überhaupt, dass du manifestierst ohne das Nein. Jetzt klingelt mein Telefon. Eieiei, ich hatte vergessen, das vorhin auszustellen. Jetzt hoffen wir mal, dass er nicht so hartnäckig ist. Ich kann jetzt nicht aufstehen und da hingehen, weil das liegt ganz weit weg. Sonst seht ihr mich nicht mehr im Bild. Jetzt haben wir eine kleine Hintergrundmusik irgendwie. Ja, so ist es. Jetzt ist es aus. Sehr gut. Dann gehen wir auf Fehler fünf. Das ist etwas, was wir vielleicht noch lernen müssen oder viele noch lernen müssen, sich nicht an Gott zu wenden. Denn Gott ist die größte Kraft. Und im Gebet das auszusprechen, was dir auf dem Herzen liegt, im Gebet dich mit Gott zu verbinden, das ist das, was du tun solltest, was dir ganz viel Sicherheit und Kraft gibt, wenn du auf deinem Weg in die Spiritualität bist. Und das ist einfach, ja, für mich das Allerbeste, das Allerschönste und bringt mich auch so sehr in meine Mitte. Also ich bete jeden Tag. Immer morgens, bevor ich Yoga mache, bete ich, ich mache Yoga jeden Tag bis auf einmal in der Woche. und da begleitet mich dieses wundervolle Gebet und das bringt dann gleich ganz viel schöne Energie auch zu mir in meinen Raum, in das Haus und fühle mich einfach sehr, sehr wohl dabei. Das ist toll. Also ich lege es euch sehr ans Herz. Betet, ihr habt schon ein paar Videos auch von mir, wo wir zusammen beten und es wäre wirklich, ja, sehr, sehr wichtig für den spirituellen Weg, sich diesen Weg mit Gott zusammen zu gehen, weil es ist ja der Weg zu Gott und zu dir selbst und zu Gott. Das ist der Weg der Spiritualität, der Weg der Liebe und des Lichtes. So, dann gibt es noch einen Punkt, den hier, der Schutz. Also man sollte sich tatsächlich immer sehr gut schützen, denn der Schutz ist einfach sehr wichtig, dass du bei dir bleibst, dass keine fremden Energien dich belasten, dich verunreinigen. Man fühlt sich, wenn fremde Energien in der Aura sind, schwer, man ist müde, hat vielleicht Kopfschmerzen. Also es ist wirklich nicht, einfach nicht schön, wenn man sich nicht schützt und wir machen ja vor jeder Meditation, rufe ich ja Schutz auf, damit wir alle geschützt sind und dann in diesem Schutz auch die Botschaften der geistigen Welt erhalten können. Das ist sowas von wichtig und ist einfach auch bei mir, sage ich mal, gehört es dazu. Und das solltet ihr euch aneignen, dass ihr auch, es muss ja nicht lang sein, so ein Gebet, also wirklich nur ein paar Worte des Dankes, das ist schon so viel. so viel Kraft, die da dann in dein Leben einzieht. Und wenn du das alles versuchst jetzt, diese sechs Punkte, diese sechs Fehler zu vermeiden, so gut du es eben kannst und auch dann noch, du kommst ja da rein, immer mehr da rein, dann hast du einen wundervollen Weg in deine Spiritualität vor dir. und da freue ich mich sehr, wenn du das vielleicht ein bisschen annehmen kannst, denn ich möchte ja auch, dass es dir gut geht und ich habe dich wirklich, ich habe euch alle so lieb und es ist ja, es ist schön, wenn ich weiß, dass ich euch diese Dinge weitergeben kann und weiß, dass ihr die Möglichkeit habt, euch danach auszurichten und dann auch einen schönen Weg in die Spiritualität habt, begleitet und beschützt von Gottes Liebe. Ja, und jetzt machen wir gleich die Meditation. Ich freue mich sehr auf euch. Ich habe die Durchsage bekommen, dass wir eine Schutzmeditation machen, wobei ihr lernt, wie das geht mit der Smarana-Energie. Es wird bestimmt ganz toll. Ich sprühe mich jetzt ein erst mal mit der violetten Flamme zur Reinigung und dann mit Michael und Erzengel Michael. Und jetzt beginnen wir. Macht es gemütlich. Ich rufe die Energie von Erzengel Michael und ich rufe die Energie von der violetten Flamme. Einströmen diese beiden Energien und manifestieren sich vor dir. Diese beiden Energien werden uns begleiten während dieser Meditation. Es ist eine gechannelte, geführte Meditation in der göttlichen Ordnung, begleitet von Gottes Liebe. So atme, lieber Lichtarbeiter, atme das Licht der Liebe ein und dehne dich dabei so weit aus, wie es geht. Komme in deine Mitte, öffne dein Herz und empfange die Worte der Liebe. Ich rufe die Energie des Schutzes. Sie kommt direkt aus dem Smarana-Feld des Schutzes. Und wenn du nun deine Hände wie eine Mulde so zusammenlegst und den Fokus darauf legst, dass eine Kugel des Schutzes eine Energiekugel jetzt in deine Hände einfließt, dann spürst du, wie zwischen deinen Händen ganz viel Energie ist. Du kannst diese Energie bewegen, du kannst sie kleiner und groß machen, je nachdem, wie du deine Hände hältst. Und jetzt bitte ich die geistige Welt so viel wie möglich schützende Energien in diese Kugel einfließen zu lassen. Und du probierst, deine Hände immer mehr auseinander zu ziehen. Mindestens so viel, dass deine Arme noch angewinkelt sind. und du kannst sie auch ausstrecken. Denn in diesem Moment dehnt sich der Schutz, diese Kugel des Schutzes so weit aus, dass sie dich komplett einhüllt. Und du jetzt den Fokus darauf legst, in diese Kugel des Schutzes hineinzugehen, so dass du dich in der Mitte befindest. Probiere es aus und spüre, wie sich die Energie verändert. Spüre, wie du in dieser Kugel stehst und wie sie sich mit dir bewegt, wenn du dich hin und her bewegst, wie diese Kugel dich dynamisch begleitet. Und nun bitten wir, Erzengel Michael, um den Schutz von Exkalibur. Und so legt sich zusätzlich zu deiner Kugel, um deine Kugel herum, der Schutz von Exkalibur. Exkalibur wird alles transformieren, was negativ ist und wird erst gar nicht diese Energien zu dir fließen lassen. Spüre nun ganz für dich, wie sich die Energie nochmal geändert hat und wie du vollkommen im Schutz deiner persönlichen Kugel stehst. Spüre diese Energie und spüre auch, dass du jetzt ganz zentriert bist. Und nun probiere aus, dir vorzustellen, wie es ist, wenn du einkaufen gehst und du diese Kugel, bevor du aus dem Haus gehst, für dich manifestiert hast. Du gehst mit dieser schützenden Energie auf die Straße. Egal, überall, wo du hingehst, wird dich diese Energie begleiten. fühle einfach, wie schön dies ist, wie befreiend dies ist. Ich lasse dir jetzt ein wenig Zeit, damit du dir vorstellen kannst, wie es ist, wenn du mit dieser Kugel des Schutzes in deinem täglichen Leben deine Dinge tust. und du bist. Und nun stelle dir vor, wie du diese Kugel des Schutzes um dein Bett herum aufbaust, wie diese Kugel des Schutzes dich ab jetzt immer nachts begleitet und schützt, sodass du in der vollkommenen Liebe schlafen kannst. Stelle dir dies vor. Lasse eine riesige Kugel des Schutzes um dein Haus herum entstehen. Und vielleicht kannst du mit deinem inneren Auge erkennen, wie diese Kugel strahlt, wie diese Kugel voller Kraft die Liebe Gottes ausstrahlt, den Schutz von Excalibur, wie sie hell leuchtet und wie du in deinem Zuhause geschützt bist. Spüre in dich hinein und fühle dich wohl. Spüre in dich hinein und fühle dich wohl. Diese Kugel des Schutzes kannst du auch für jemand anderen aufbauen. Er sollte dir aber dein Einverständnis geben. Und so hast du nun eine wundervolle Unterstützung bekommen. Und so kannst du in deiner Geschwindigkeit in das Hier und Jetzt zurückkommen, aber mit dem Bewusstsein, dass du dich in dieser Kugel des Schutzes befindest. Und wenn du jetzt die Augen gleich aufmachst, wird es für dich anders sein. Es wird eine bestimmte Klarheit sein, wie du die Dinge wahrnimmst, weil du weißt, dass du innerhalb deiner eigenen Energie sehr gut geschützt bist. Und weil du weißt, dass nichts von außen dich berühren kann, nichts Negatives. Alles wird transformiert. Ja, und dann komme ich wieder ganz in das Hier und Jetzt zurück. Und lächle. Lächle mich an, lächle dich an, lächle alle an, die heute hier sind. Ja, ihr Lieben, ich möchte wirklich gerne, dass es euch gut geht, dass ihr sehr gut beschützt seid. Und ich habe euch so sehr lieb. Nutzt diese Meditation oder diese Technik für euer tägliches Leben. Es wird dadurch alles viel einfacher sein. Und vertraut auch darauf, dass alles gut ist, wie es ist. Dann freue ich mich auf das nächste Mal mit euch. Alles Liebe, ein Küsschen und eine Umarmung. Bis dann. Bis dann.